E.T.A. Hoffmann, der Sandmann Erster Brief Nathanael an Lothar Gewiss seid ihr alle voll Unruhe, dass ich so lange nicht geschrieben. Mutter zürnt wohl und Klara mag glauben, ich lebe hier in Saus und Braus und vergesse mein holdes Engelsbild, so tief mir in Herz und Sinn eingeprägt, ganz und gar. Dem ist aber nicht so. So täglich und stündlich gedenke ich euer aller und den süßen Träumen geht meines holten Klärchens freundliche Gestalt vorüber und lächelt mich mit ihren hellen Augen so anmutig an, wie sie wohl pflegte, wenn ich zu euch hineintrat. Ach, wie vermochte ich denn, euch zu schreiben in der zerrissenen Stimmung des Geistes, die mir bisher alle Gedanken verstört. Etwas Entsetzliches ist in mein Leben getreten. Dunkle Ahnungen eines grässlichen und drohenden Geschicks breiten sich wie schwarze Wolkenschatten über mich aus, undurchdringlich jedem freundlichen Sonnenstrahl. Nun, soll ich dir sagen, was mir wieder fuhr? Ich muss es, das sehe ich ein, aber nur es denkend lacht es wie toll aus mir heraus. Ach, mein Herzlieber Lothar, wie fange ich es denn an, dich nur einigermaßen empfinden zu lassen, dass das, was mir vor einigen Tagen geschah, denn wirklich mein Leben so feindlich zerstören konnte. Wärst du nur hier, so könntest du selbst schauen, aber jetzt hältst du mich gewiss für einen aberwitzigen Geisterseher. Kurz und gut, das Entsetzliche, was mir geschah, dessen tödlichen Eindruck zu vermeiden, ich mich vergebens bemühe, bestehte nichts anderem, als dass vor einigen Tagen, nämlich am 30. Oktober mittags um zwölf, ein Wetterglashändler in meine Stube trat und mir seine Ware anbot. Ich kaufte nichts und drohte in die Treppe herabzuwerfen, worauf er aber von selbst wieder fortging. Du ahnst, dass nur ganz eigene, tief in mein Leben eingreifende Beziehungen diesem Vorfall Bedeutung geben können. Ja, dass wohl die Person jenes unglückseligen Krämers selbst gar feindlich auf mich wirken muss. Und so ist es in der Tat. Mit aller Kraft fasse ich zusammen, um ruhig und geduldig dir aus meiner früheren Jugendzeit so viel zu erzählen, dass deinem Regensinn alles klar und deutlich in leuchtenden Bildern aufgehen wird. Indem ich anfangen will, höre ich dich lachen und klarer sagen, das sind ja rechte Kinderreihen. Lacht, ich bitte euch, lacht mich recht herzlich aus, ich bitte euch sehr. Aber Gott im Himmel, die Haare sträuben sich mir und es ist, als flehe ich euch an, mich auszulachen, in wahnsinniger Verzweiflung wie Franz Mohr den Daniel. Aber nun fort zur Sache. Außer dem Mittagessen sahen wir, ich und meine Geschwister tagsüber den Vater früher wenig. Er mochte mit seinem Dienst viel beschäftigt sein. Nach dem Abendessen, das alter Sitte gemäß schon um sieben Uhr aufgetragen wurde, gingen wir alle, die Mutter mit uns, in des Vaters Arbeitszimmer und setzten uns um einen runden Tisch. Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Und oft erzählte er uns viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, dass ihm die Pfeife immer ausging, die ich, ihm brennendes Papier hinhaltend, dann wieder anzünden musste, welches mir denn ein Hauptspaß war. Oft gab er uns aber Bilderbücher in die Hände, saß stumm und starr in seinem Lehnstuhl und blies starke Dampfwolken von sich, daß wir alle wie im Nebel schwammen. An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig und kaum schlug die Uhr neun, so sprach sie, kommt Kinder, zu Bett, zu Bett, der Sandmann kommt, ich merke es schon. Und wirklich hörte ich dann jedes Mal etwas schweren, langsamen Tritts die Treppe heraufpoltern. Das musste der Sandmann sein. Einmal war mir jenes dumpfe Treten und Poltern besonders graulich. Und ich fragte die Mutter, indem sie uns fortführte, Ai Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa vortreibt? Wie sieht er denn aus? Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind, erwiderte die Mutter. Wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die Augen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut. Der Mutterantwort befriedigte mich nicht. Ja, in meinem kindischen Gemüt entfaltete sich deutlich der Gedanke, daß die Mutter den Sandmann nur verleugnete, damit wir uns vor ihm nicht fürchten sollten. Ich hörte ihn ja immer die Treppe heraufkommen. Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns Kinder zu erfahren, fragte ich endlich die alte Frau, die sich um meine jüngste Schwester kümmerte, was denn das für ein Mann sei, der Sandmann. Eitanielchen, erwiderte sie, weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, daß sie blutig zum Kopf herausspringen. Und die Augen wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindleien Augen auf. Grässlich malte sich nun im Innern mir das Bild des grausamen Sandmanns aus. So wie es abends die Treppe herauf polterte, zitterte ich vor Angst und Entsetzen. Nichts als den unter Tränen herausgestotterten Ruf, »Der Sandmann, der Sandmann«, konnte die Mutter aus mir herausbringen. Ich lief darauf in das Schlafzimmer und wohl die ganze Nacht überquälte mich die fürchterliche Erscheinung dieses Sandmanns. Ich war schon alt genug geworden, um einzusehen, dass das mit dem Sandmann und seinem Kindernest im Halbmond, so wie es mir die Wartefrau erzählt hatte, wohl nicht ganz seine Richtigkeit haben könne. Indessen blieb mir der Sandmann ein fürchterliches Gespenst und Grauen. Entsetzen ergriff mich, wenn ich hier nicht allein die Treppe heraufkomme, sondern auch meines Vaters Stubentür heftig aufreißen und hineintreten hörte. Manchmal blieb er lange weg, dann kam er öfter hintereinander. Jahrelang dauerte das, und nicht gewöhnen konnte ich mich an den unheimlichen Spuk. Nicht bleicher wurde in mir das Bild des grausigen Sandmanns. Sein Umgang mit dem Vater fing an, meine Fantasie immer mehr und mehr zu beschäftigen. Den Vater darum zu befragen, hielt mich eine unüberwidrliche Scheu zurück, aber selbst das Geheimnis zu erforschen, den fabelhaften Sandmann zu sehen. Dazu keimte mit den Jahren immer mehr Lust in mir empor. Der Sandmann hatte mich auf die Bahn des wunderbaren Abenteuerlichen gebracht, das so schon leicht im kindlichen Gemüt sich einnistet. Nichts war mir lieber, als schauerliche Geschichten von Kobolden, Hexen, Däumlingen usw. zu hören oder zu lesen, aber obenan stand immer der Sandmann, den ich in den seltsamsten, abscheulichsten Gestalten überall auf Tische, Schränke und Wände mit Kreide und Kohle hinzeichnete. Als ich zehn Jahre alt geworden war, wies mich die Mutter aus der Kinderstube in ein Kämmerchen, das auf dem Korridor und fern von meines Vaters Zimmer lag. Noch immer mussten wir uns, wenn auf den Schlag neun Uhr sich jener Unbekannte im Hause hören ließ, schnell entfernen, aber in meinem Kämmerchen vernahm ich, wie er bei dem Vater hineintrat und bald darauf war es mir dann, als verbreite sich im Hause ein feiner, seltsam riechender Dampf. Immer höher mit der Neugierde wuchs der Mut, auf irgendeine Weise des Sandmanns Bekanntschaft zu machen. Oft schlich ich schnell aus dem Kämmerchen auf den Korridor, wenn die Mutter vorübergegangen, aber nichts konnte ich erlauschen, denn immer war der Sandmann schon zur Tür hinein, wenn ich den Platz erreicht hatte, wo er mir sichtbar hätte werden müssen. Endlich, von unwiderstehlichem Drang getrieben, beschloss ich, im Zimmer des Vaters selbst mich zu verbergen und den Sandmann zu erwarten. An des Vaters Schweigen, an der Mutter Traurigkeit, merkte ich eines Abends, dass der Sandmann kommen werde. Ich schützte daher große Müdigkeit vor, verließ schon vor neun Uhr das Zimmer und verbarg mich dich neben der Tür in einen Schlupfwinkel. Die Haustür knarrte, durch den Flur ging es langsamen, schweren, dröhnenden Schrittes nach der Treppe. Die Mutter eilte mit dem Geschwister an mir vorüber. Leise, leise öffnete ich des Vaters Stubentür. Er saß wie gewöhnlich stumm und starr den Rücken zur Tür gekehrt. Er bemerkte mich nicht. Schnell war ich hinein und hinter der Gardine, der einem gleich neben der Tür stehenden offenen Schrank, worin meines Vaters Kleider hingen, vorgezogen war. Näher und immer näher dröhnten die Tritte. Es hustete und scharrte und brummte seltsam draußen und das Herz bebte mir vor Angst und Erwartung. Ganz dicht vor der Tür ein scharfer Tritt, ein heftiger Schlag auf die Klinke und die Tür springt rasselnd auf. Mit Gewalt mich ermannend gucke ich behutsam hervor und der Sandmann steht mitten in der Stube vor meinem Vater. Der helle Schein der Lichter brennt ihm ins Gesicht. Der Sandmann, der fürchterliche Sandmann, ist der alte Advokat Coppelius, der manchmal bei uns zum Mittag ist. Aber die grässlichste Gestalt hätte mir nicht tieferes Entsetzen erregen können, als eben dieser Coppelius. Denkt dir, einen großen, breitschultrigen Mann mit einem unförmlich dicken Kopf, erdgelbem Gesicht, buschigen, grauen Augenbrauen, unter denen ein paar grünliche Katzenaugen stechend hervorfunkeln, großer, starker, über die Oberlippe gezogener Nase. Das schiefe Maul verzieht sich oft zum hämischen Lachen und dann werden auf den Backen ein paar dunkelrote Flecken sichtbar und ein seltsam zischender Ton fährt durch die zusammengekniffenen Zähne. Coppelius erschien immer in einem altmodisch zugeschnittenen aschgrauen Rock, eben solcher Weste und gleichen Hosen, aber dazu schwarze Strümpfe und Schuhe mit kleinen Steinschnallen. Die kleine Perücke reichte kaum bis über den Kopfwirbel heraus, die Kleeblocken standen hoch über den großen roten Ohren und ein breiter, verschlossener Haarbeutel starrte von dem Nacken weg, sodass man die silberne Schnalle sah, die die gefältelte Halsbinde schloss. Die ganze Figur war überhaupt widrig und abscheulich, aber vor allem waren uns Kindern seine großen, knotigen, haarigen Fäuste zuwider, sodass wir, was er damit berührte, nicht mehr berühren mochten. Das hat er bemerkt und nun war es seine Freude, irgendein Stückchen Kuchen oder eine süße Frucht, die uns die gute Mutter heimlich auf den Teller gelegt hatte, unter diesem oder jenem Vorwand zu berühren, dass wir, helle Tränen in den Augen, die Näscherei, der wir uns erfreuen sollten, nicht mehr genießen mochten vor Ekel und Abscheu. Ebenso machte er es, wenn uns an Feiertagen der Vater ein kleines Gläschen süßen Weins eingeschenkt hatte, dann fuhr er schnell mit der Faust herüber oder brachte wohl gar das Glas an die blauen Lippen und lachte recht teuflisch, wenn wir unseren Ärger nur leise schluchzend äußern durften. Er pflegte uns nur immer, die kleinen Bestien zu nennen, und wir durften, wenn er zugegen war, kein Laut von uns geben und verwünschten den hässlichen, feindlichen Mann, der uns recht mit Bedacht und Absicht auch die kleinste Freude verdarb. Die Mutter schien ebenso wie wir den widerwärtigen Kopelius zu hassen, denn so wie er sich zeigte, war ihr Frohsinn, ihr heiteres, unbefangenes Wesen, umgewandelt in traurigen, düsteren Ernst. Der Vater betrug sich gegen ihn, als sei er ein höheres Wesen, dessen Unarten man dulden und das man auf jede Weise bei guter Laune erhalten müsse. Er durfte nur leise andeuten, und Lieblingsgerichte wurden gekocht und seltene Weine kredenzt. Als ich nun diesen Kopelius sah, ging es grausig und entsetzlich in meiner Seele auf, dass ja niemand anders als er der Sandmann sein könne. Aber der Sandmann war mir nicht mehr jener Popanz aus dem Ammenmärchen, der dem Eulennest im Halbmond Kinderaugen zur Erzung holt. Nein, ein hässlicher, gespenstischer Unhold, der überall, wo er einher schreitet, Jammer und Not, zeitliches und ewiges Verderben bringt. Ich war festgezaubert. Auf die Gefahr entdeckt, und wie ich deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb ich stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine hervorgestreckt. Mein Vater empfing Kopelius feierlich. »Auf zum Werk!«, rief dieser mit heiserer, schnurrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus, und beide kleideten sich in lange, schwarze Kittel. Wo sie diese hernahmen, hatte ich übersehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks, aber ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand. Kopelius trat hinzu, und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herd empor. Allerlei seltsames Gerät stand umher. Aber wie sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein grässlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zum hässlichen, widerwärtigen Teufelsbild verzogen zu haben, und er sah dem Kopelius ähnlich.